Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Wir befinden uns heute am Himmelsspeer und müssen erstmal die Gegend auskundschaften gucken, was wir hier so reißen können. Einzelne Leute rausgrabben und dann hoffentlich dieses Gebiet auch meistern. Ach, das ist immer so der schwierige Punkt, das Gebiet meistern. Ansonsten ist das Spiel nämlich so geil. Aber ich weiß halt nie, was auf mich wartet und ob ich diese Leute auch bezwingen kann. Sonst wäre es ja auch nicht einfach. Sonst wäre es ja auch einfach zu einfach, meine ich. Es soll ja auch immer irgendwo eine Challenge sein, so ein Spiel zu spielen. Wenn spielt das... Ich finde, ein Spiel zu spielen... Mimia 35, ach du Scheiße. Ein Spiel zu spielen, finde ich, sollte nicht einfach nur hirnlos sein, wie gewisse Drachen das machen. Äh, sondern... Es sollte einen fordern. Es sollte... Das Gehirn auch wirklich irgendwie mal, ja, zum Denken anregen. Das ist meine Ansicht auf jeden Fall. Aber gucken wir mal. Okay, wir haben hier neue Roboter. Die Frage ist... So, so, so... Wen haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Ich glaube nicht, dass er hier rüberkommt, ne? Aber wir können es mal versuchen, den direkt mal auszuschalten. Dann haben wir schon mal einen weniger. Oh, das sieht ganz gut aus. Ist ein bisschen weit weg, aber... Ist möglich. Ja, schon haben wir den ersten hier in diesem Gebiet erledigt. Sorry about that stone cold. Hey, follow me. Oh, 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 oh. Level up. Oh, nice. Ein bisschen Schrott. Noch ein bisschen Schrott. Und wer bist du? Sektenjäger. Wir sind auch ziemlich allein und du stehst einfach nur dagegen drum, oder? Nein, er läuft. Den auszuschalten wird vielleicht ein bisschen trickiger. Den müssten wir vielleicht umboxen. Ich bin aber dafür, den Pyro hier umzuboxen. Hm, hier sind ganz schön viele. Okay. Wir laufen einfach mal ein Stück, ne? Gehen wir mal zu den Bots, gucken, ob wir die vielleicht ausschalten können. Es wäre vielleicht noch meine Vermutung, dass das ganz gut laufen könnte. Die könnten sogar weit genug weg sein. Ist das eine Kampfmaschine? Das Bild ist die Speer des Himmels. Ja, ich kann leider nicht hochgucken. Sonst würde ich es tun. Sind das Kampfmaschinen? Absorption. Okay, Absorption. Du stehst einfach nur steif da, ne? Ähm. Oh, falscher Knopf. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wir können eine Maschine für eine Runde ausschalten. Okay, wer hat die Waffe, die wir brauchen? 20% Und 50%. Okay. Ich würde sagen, ich speichere einfach mal ganz kurz. Wir probieren es mal. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat. Ja, Junge, die sind tanky. Was kann der so? Alles klar, okay. Ich sehe schon, was der kann. Das Problem, was ich sehe, ist, ich kann sie nicht deaktivieren. Ich meine, ich werde es höchstwahrscheinlich mit Dax gleich versuchen. Dann gucken wir einfach mal. Ansonsten, ey, einfach rauf da. Da wird höchstens der andere Roboter wird dazukommen. Allerhöchstens. Das heißt, wir verstecken uns hier. Hier. Und da. Alles klar. Wir speichern nochmal kurz ab. Ja, ich habe das gemacht. Was denkst du daran, was? Okay. Einfach drauf los. Guck mal, wer uns hört. Hätte also ganz normal auch mit den anderen Waffen schießen können, aber gut. Hey, 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 Mr. deaktiviert. Dann kurz nachladen, weil ich es kann. Was ist denn? Der wird höchstwahrscheinlich einen Zug machen können. Vielleicht, vielleicht hätte ich, äh, Dax nicht zuerst schießen lassen sollen. Aber egal, auch wenn Dax jetzt stirbt, das ist mir egal. Oh, ein Crit. Haha. Geh vor. Okay. Der Bot ist... Da oben? Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen nervig. Und da müsste ja noch ein Bot sein. Warte, wir gehen mal kurz hier rein. Können uns auch nicht hochschleichen, oder? Hier ist keine Treppe nach oben. Oder keine Leiter. Aber es ist auch recht nutzlos, den zu töten. Weil der bewacht ja eigentlich gar nichts. Ist einfach nur da. Aber ich wette, er kommt runter, wenn ich mich um den hier kümmere. Aber wir sollten... Ja, nee, komm. Ich weiß, was wir machen. Wir sollten erstmal mindestens einen umboxen. bevor wir uns um die Roboter kümmern, weil die sind wirklich leichte Beute, muss ich sagen. Boxen wir erstmal einen um. Dann laufen wir zurück. Was ist das? Auch Granate. Was haben wir denn hier? Das Haus war während der Quarantäne. Ich hoffe, dass niemand überrascht hat und da entlang getrunken wurde. Dann kommt das Haus. Kannst dich ja sowieso nichts dran ändern. Das Haus. Das Haus. Der Haus. Das Haus. Das Haus. Dann stecken wir uns an den Gräbern. Shit, ich bin viel zu weit weg. Okay. Oh, er hat mich schon entdeckt. Boxen wir den mal um. Oh, der da hinten hat mich gesehen. Uh, uh. Äh, kannst du noch laufen? Nee. Wir machen es einfach mal rabiat. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich jetzt mitten im Weg stehe. Aber na ja. Einfach mal probieren. Vielleicht kriegen wir es auch hin. Ich bin zwar eigentlich mehr geizig als alles andere, aber... Wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Ja gut, das hätte man erwarten können. Uh, der da oben ist blöd. Ich glaube, das ist eine Flaschrunde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, brennt es da? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen mal da hin. Ist zwar ein bisschen weit weg, aber... Ja gut, es ist wirklich ein bisschen weit weg. Kann niemanden erreichen. Schon würde ich sagen... Mach mal Oberwatch. So. Dann laufen wir hier hin. Hä? Was war das denn jetzt? Was war das denn für ein Special Move? Okay, und du? Müsste ich eigentlich auch geschützt sein, ne? Ach, scheiße. Ich muss nachladen. Außer Reichweite. Ich dreh durch. Mit der Waffe wäre... wäre es okay. Na gut, laden wir nach. Ernsthaft? Von da hinten? Oh, 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 oh. Oh, ich bin hinkert. Okay, du und ich. Ah. Mist. Okay, kann ich hier die Kontrolle machen? Kein Ziel in der Reichweite, ne? Kein Ziel in der Reichweite. Wohin könnte ich denn laufen? Oh. Ernsthaft? Scheiße. Das ist nicht wirklich viel. Oh mein Gott. Eigentlich müsste ich mich heilen. Naja, ich müsste sowieso nachladen. Wer bist du denn? Loll. Naja, es sind eindeutig zu viele. Ich will auch nicht so viel Heilung verschwenden. Irgendwann kommt ein Kampf, wo wir es brauchen werden. Scheiße, was mich der eine bemerkt hat. Normalerweise bewerken sie es nicht. Aber gut, er hat in meine Richtung geguckt. Und ich bin einfach da durchgelaufen. Weiß nicht, was kriege ich denn mit meinen Silence-Waffen hin? Einfach mal ausprobieren. Nicht viel. Und wenn ich den hier mache? Nice. Okay, das lief ganz gut. Ähm... Ähm... Da, der Typie. Den müssen wir erledigen. Ernsthaft? Jetzt bewegt er sich? Das heißt, das ist der Typ, den wir umlocken wollen, ja? Na gut. Dann warten wir hier einfach mal auf ihn. Oh, was liegt denn da? Gewöhnlicher Schrott. Weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Oh Gott, ist so schnell. Oh! Gut, speichern wir mal. Weil er läuft gerade sehr nah an mir vorbei. Okay. Ich will mal kurz prüfen, was passiert, wenn ich ihn einfach mal mit meinen fetten Waffen angreife. Ob die anderen das hören. Oh, das war meine Seidens Waffen. Ah, scheiße. Er wäre tot gewesen. Er wird keine Hilfe gerufen, ne? Oh, kann ich akzeptieren. Das kann ich akzeptieren. Ah, okay, okay, okay. Ach, scheiße. Ach, sche... Ah, Mann! Oh, warum habe ich die Seidenswürfe eingesetzt? Bin ich denn blöd, oder was? Oh, Mann! Oh, Mann! Okay, versuchen wir es erneut. Ja, toll, er hat den da gesehen. Na gut. Flieg mal ein bisschen in seine Richtung. Ich sehe sonst keine Ausrufezeichen, ne? Das heißt, es ist nur der, der mich gesehen oder gehört hat. Das muss es zu weinen. Und jetzt musst du ihn einfach nur noch töten. Ich werde dich wieder warnen. Aber jetzt haben wir eine Position, die ist ganz gut. Damit kann ich tatsächlich leben. Wenn ich jetzt von hier hinten mit Dax treffe. Nice. Uh! Das war's? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, keine Speicherslots veröffentlicht waren. Okay, ich muss nach der Aufnahme mal ein bisschen was löschen. Komm, nehmen wir den untersten hier. Nice. Oh, das lief ja richtig gut. Da haben wir direkt zwei beseitigt. Das heißt, da hinten dürften auch nicht mehr viele sein. Okay, back me up. Zwei Stück müssen noch hier rumlugern, ne? Ah, drei sehe ich. Okay, und ich habe noch das Umboxen. Das könnte vom Vorteil sein. Deswegen gehen wir einfach mal hoch. Oh. Blessed be the ancients who anoint my tongue with their message. Who teach my followers to fight. Okay, es wird umgeboxt. Kaboom. Jemand hat's gesehen. Jetzt wirst du gesided. Alter, drei kritische und er ist eigentlich so gut wie tot. Er ist tot. Hätt' vielleicht gar nicht umboxen müssen. Lol. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Ah, ich muss erst mal das hier machen, bevor ich darauf gehen kann, ne? Oh, ha, ha. Stimmt, da war was. Äh, gut. Shit happens. Ähm. Das wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Aber ich würde das hier gerne haben. Kosten 10. Und wie viel Punkte hat mein Bormin? 7. Du kannst deinem Ziel, wie die sagengewobenen Killer der Vergangenheit, jetzt aus einer sicheren Deckung heraus enormen Schaden zu fügen. Natürlich nur, wenn du triffst, Mann. Doppelter kritischer Treffeschance. Beschissen aus Versteck. Oh, 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 oh Aber da haben wir derzeit keine. Fliegen ist unsere einzige Möglichkeit. Was haben wir bei den anderen eigentlich noch? Was können wir da noch verbessern? Ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Ja, nö, das Doppelte. Das gefällt mir eigentlich. Das hier ist kacke, dass das nicht verfügbar ist. Ja, Gedankenkontrolle auf jeden Fall. Und... Riechst du noch? Keine Ahnung. Ja, ne Rauchgranate. Molotow. Chemiefackel. Wird die Fackel aktiviert? Erzeugen die darin enthaltenen Chemikalien ein gleißendes Licht, das die Chance erhöht, einen Gegner im Wirkungsbereich zu treffen. Ah! 25% erzielen Bonus gegen markierte Gegner. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Na gut. Wir sind eigentlich nur noch zu zweit, ne? Wir sind jetzt gerade zwar auf einer erhöhten Position, aber es wird mir höchstwahrscheinlich nichts bringen. Nicht von hier hinten aus. Ich kann mal gucken, wie die Reichweite ist, ja. Vielleicht lohnt sich das. Mal gucken. Ansonsten, ich kann mir gut vorstellen, dass wir die zwei trotzdem hinkriegen. Aber wir können überhaupt keinen Teil starten. Ha! Okay, einer muss näher ran. Und das ist Bobbin. Wer auch sonst? So. 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 war das denn er hat so absorbiert 0 außer reichweite außer reichweite schon besser da ist noch ein sektenschläger nice ja gut der ist aus der reichweite hier mal da runter ja zack dann machen wir eine gedankenkontrolle auf ihn und dann schießt wir ihn ab ich werde dich unterbrechen oh mein gott nein greife ihn doch nicht an ja dann overwatch mal dahinten na da ist auch noch einer aber der macht nichts alles klar wir laufen mal dahin von hier aus kann ich dich besser treffen mit den anderen laufen auch mal ein stück nach vorne nice du bist wahrscheinlich außer reichweite oder nein ist er nicht alter guckt euch mal den sniper an er brennt auch noch okay der wichtigste ist weg der rest kann kommen ach du ist schon vorbei 0 oh da hätte man auch hoch gehen können ja gut wie noch höher du hast sowieso kein leben gibt es darum will ich dich nur angucke ist jetzt nicht die perfekte deckung ich komme dahin treffer chance 25 prozent was was wer war das und warum war das irgendwas groß ist es hier im anmarsch shit oh mein gott ich sehe es oh mein gott da ist ein fetter bot ach du heilige schlavittchen was machen wir jetzt ich bin der wache okay ich bin der wache ich bin der wache ich bin der wache wo kommen die her sag mal wo kommen die denn her was ist denn hier los oh 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 was macht der da wir müssen definitiv hier im haus bleiben du hast echt schon geschossen was ist denn da wird ein problem deswegen muss ich hier weg ich stecke mich hier hinter wir müssen auch irgendwo hinlaufen laufen wir einfach mal stückchen weise weiter weg das kannst du doch nicht erzählen dass du mich da erreichen kannst es werden immer mehr aussecken panzer willst du mich verarschen oh oh okay okay scheiße man komm baller den weg wieso hat er kein zug mehr gehabt hä jetzt mal echt wieso hab ich nachgeladen ich hab in der letzten runde nachgeladen oder nicht ich glaub der bot da wird ziemlich reinhauen eigentlich kann ich schon längst laden ich glaub das liegt daran wenn man diesen typen umbringt den heiligen den priester dann kriegt man ein problem mit dem bot das ist mal die 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 Der rennt da überall durch! Oh mein Gott, was machst du? Oh! Oh! Weiß nicht, ich komm auch nicht raus. Alle höchstens hier hin. Oh, ansonsten kann mich keiner mehr treffen. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh! Er hat den Overwatch gemacht. Der Dicke, oder was? Ach, scheiße. Ich muss besser drauf achten, dass ich nachlade. Wie der Bot einfach vor bei der Fresse ist. Ich glaube, sie sind alle hinter Bominier, oder? Kann das sein? Ja gut, dann laufen wir ums Haus. Ach, scheiße. Oh, der bricht da gleich durch die Bauer und dann fall ich runter, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jax. Scheiße. Jax, geht's gut? Ja. Okay. Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass das irgendwie großartig was wird hier. Hey, ist hinterbombing, hey. Was? Wo soll ich denn hin? Ich kann nirgends wohin. Ich könnte wieder reinrennen, ja. Oh Gott, der will mich. Wenn ich hier hinlaufe. Und den dann umboxe. Oh. Vielleicht nicht die beste Idee, die Wand kaputt zu machen. Wie? Ja gut, das war's. Ich bin lang genug geflohen. Ja Freunde, wir haben ein Problem hier. Wir kommen da nicht durch. Nicht so leicht jedenfalls. Das sind wirklich viele Leute. Ähm. Das ist sobald wir den Priester umbringen, denke ich mal. Dann drehen sie durch. Nee, die Maschine steht da hinten. Das heißt. Komm zurück hier. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang laufen, dann finden wir den Rest. Siehst du diese Hülle auf dem Grund? Ja. Was ist denn da? Die totes Menschen brauchen ein bisschen frische Luft. Okay. Ich verstehe. Okay. Hier liegt, Sarah Albert Thormentsson. Ja, du sagst das fünfmal schnell. Ich habe über diese Dinge gehört. Tombstone. Ich gehe jetzt auf die totale Menschen, richtig? Schrecklich. Ciao.